Ja und damit herzlich willkommen bei was Neuem ich präsentiere Pro Sneaker Heute findet nur ein Ü-Punk-Spiel statt Zweitens So, immer einen rechteckigen, komm, komm, wir spielen. So, Spielballdrehung und Effiz, positioniere den Aufprallpunkt auf dem Spielball. Durch Berühren und Zielen auf dem Bildschirm, auf diesem Bildschirm kannst du nicht deinen Zielen, sondern nur den Stoßpunkt auf den Spielball und die Stoßkraft ändern, das zeigt dieser Pfeil. Berühre, äh, ja, bla 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 und so weiter und so fort. Interessiert mich nicht. Blackpool, Black, Blackboardpool. Blackpool, 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 Black da sieht man direkt dass ich diese Kugel einlaufen könnte ja das ist natürlich jetzt scheiße für mich oh ja Treffer Pass Gang ich werde komplett aufkreiden ja mein Aufnahmeprogramm ist nicht grad das beste aber es reicht ich werde komplett aufkreiden ich glaube mal ich werde gleich in der Perspektive oder in der ganzen Lied und ja 2 ich glaube das wird sich echt über zwei drei Folgen ziehen hier wieder aufkreiden jetzt die Gruppe die am besten einmachen können theoretisch so oh dritte das zieht sich über folgen also ich werde nur eine 10 minuten Folge gleich machen also ich werde jetzt eine 7 minuten oder 10 minuten Folge machen und dann als nächstes eine vollständige ich hoffe ich schreie nicht wenn ja tut es mir leid weil äh ich höre kaum was durch Druck auf meinen Ohren ich mach mal etwas falsch bumm die mussten werden auch geflachtet werden gegessen und mussten auch besser ähm falls ich etwas schreie kann es sein weil ich immer noch Druck auf den Ohren habe oder weil ich immer noch Druck auf ach ok ich habe es gerade zappeldeutig gesagt oh perfekt voll krabberl oder oder was bumm die wäre drin gewesen die wäre reingegangen ist das scheiße gut aber wir müssen wieder ausgehen Was wir ja jetzt eine breitere Spielfläche haben als auf einem normalen Pia-Typ. Wo ich mir echt nicht sicher bin da bis vor. Ich würde eigentlich nicht auf Foto drücken, aber wir sind jetzt bei 8 Minuten 30 und werden dann auch gleich aufhören. Ich werde es dann in der nächsten Folge weitermachen und bis dahin. Nein, ich verabschiede mich jetzt noch nicht. Es ist noch eine Minute. Ja. Und naja. Alle satt? So, dann dich weiter. Das gibt es nicht. Das war zu kurz. Ja. Oder, 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 OHHHHH! Wie geht das? Nein. Ja. 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 Oh, hier lache ich hin. Oh, hier lache ich hin. Oh, hier lache ich hin. Glein Uhr noch hin. Ja. Scheiße. Ja. Ja. Es war wohl doch nichts. Danke.